Die Regenerationsfähigkeit und Kraft meines Körpers ist enorm. Sobald ein Ungleichgewicht auftritt, leitet meine natürliche Körperintelligenz alle Systeme und Zellen wieder in ihr ursprünglich perfektes Gleichgewicht und verstärkt sogar die Funktionsleistung. Mein Körper ist geliebt, wertgeschätzt, willkommen und gesund. Ich fühle ihn, ich liebe ihn, ich freue mich mit ihm. Mein Körper nimmt meinen Seelenauftrag voller Freude und Liebe an und ist mir in jedem Moment eine würdevolle Unterstützung und bereit, mir köstliches Wohlgefühl zu bereiten. Es ist mir eine Freude, die Welt mit seinen Sinnen zu begreifen. Ich fühle mich einfach so richtig wohl mit ihm. Danke, danke, danke.